Ich habe eben ein Video gesehen, da hat dann, glaube ich, Duos gespielt und die Hand dann, glaube ich, keinen Gegner gehabt oder so. Toll. Kann ich ab dem Kopf springen, danke. Haha, guck mal. Oh, okay. Ja, auf jeden Fall war der Ball einfach auf dem Boden, in Minut 40, glaube ich, bis er dann irgendwann mal Spielzöne gemacht hat. Wir müssen jetzt, können die doch eigentlich lange dauert, dass du was so fixen hast, das ist schon ein bisschen lange her, ne? Hm. Halt dich doch fest, du, Mongo. Nee, scheiße. Meine Fresse. Oh, toll, ey. Ich bin von Anfang, ey. Nee, ich brauche es gar nicht zu fahren. Bin ich dort drüber gesprungen. Oh, fuck. Oh, fuck. Wow. Steh auf. Bist du drüber? Hm. Sack. Nee. Ach, komm. Versuch, ein bisschen Schwung zu holen. Oh, guck mal. Hm, wie sie die Tipps annimmt, ne? Hahaha. Oh mein Gott, ich hasse die Wand hier. Kann ich da oben nach den Trommeln einfach raufspringen oder ist da auch so ein Laufband? Nee, nee, du musst mit dem Laufband, wenn du bei der Trommel rufst, springen. Nein, 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 nein. Ich war so heute oben. Also noch ein Aufprall von der Trommel, muss ich gegen das Laufband. Ich spring einfach irgendwo mit, ich weiß gar nicht, ob das was hilft. Okay, okay, stopp, erst mal hier. Wie komme ich denn da hoch? Ach, muss ich gegen diese Wand springen? Ja, genau, die brauche ich als Hilfe. Genau so, ja. Oh, kein Checkpoint. Ich weiß nicht, ob der Ohr noch immer kommt, aber das ist nämlich schwer da. Wo ist Nathalie, du schaffst das? Was machen Sachen? Ja, sehr gut. Woll. Juhu. Ich bin wieder dumm zum Balancieren. So, davon ist so ein Druckding, da muss man dagegen. Und dann kommt der Ventilator und pustet die Schramm. Guck mal, alle drei. So, helfen wir anfangen. Und da an der anderen Wand. Das waren aber keine zehn Minuten. Wenn ich mir keine, weiß, was rauskriegt. Oh rag. So, I funktion, wir haben diereibende Wand.